Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Deki. Wir reisen jetzt fortan mit den beiden Damen, weil natürlich hat sich Eilish von ihrer Mutter in der letzten Folge zwar ein Rüffel abgeholt, aber sie ist wild entschlossen, ihrer Mutter zu zeigen, dass ihre Mutter sich auf sie verlassen kann. Und Flux hat sie beschlossen, zusammen mit Buki, mittlerweile sind sie so ein bisschen Freundinnen geworden, zusammen mit Buki nach Transentia zu gehen, dort nämlich ist der zweite, beziehungsweise der dritte Kristall. Bevor wir das aber machen, gehen wir nochmal ganz kurz zu unserem, wenn ich ihn denn finde, zu unserem Schmied, der ist irgendwo in der Nähe von der Kampfarena und die ist nämlich nicht da, wo ich hinrenne. Ach Gott, das wenn die Frau, ich weiß auch nicht, also ich zweifle an meinem Verstand, da ist er doch, genau. Wir gucken, ob wir da jetzt noch irgendwas verstärken können, viel Kohle haben wir zwar nicht, eine Waffel verstärken lassen, genau. So, königliches Zepter, scharfe Schneide, genau, diesen starken, 1700 haben wir immerhin, da können wir dann doch schon so ein bisschen was machen. Scharfe Schneide, Stärke plus 30, aber wohl wahr, hau drauf ey. So, und was können wir noch machen? Herztreffer, entscheidend plus 5. Kann ich da auch zwei von den Dingern reinmachen? Ne, komm, lass uns mal diesen, diesen entscheidend machen. Ich glaube, dass das gar keine schlechte Variante ist. So, jetzt noch das Ganze für Buki. Ja, ist ja gut, mein Freund. Buki. Ja, da können wir, glaube ich, momentan nichts machen, haben wir nicht genug Kohle. Welche Waffe trägt sie eigentlich gerade? Ich weiß es gar nicht. Welche Waffe tragen wir denn? Wahrscheinlich die da. Dann werden wir die mal verbessern. Schartige Schneide, Stärke plus 10, entscheidend plus 10. Vampierzahn. Da passiert nix. Dann machen wir noch ein bisschen Stärke drauf. Und Stärke plus 5, entscheidend. Komm, da machen wir noch. Ja, genau. So, ich hoffe auch, dass ich diese, diese Waffe habe. Ich muss mal gerade gucken. Buki, welche Waffe trägst du bitte? Zeig mir mal, welche Waffe du gerade hast. Ähm, ja, genau. Jakumi. Gut. Tja, dann machen wir uns auf nach Transentia. Oder sollte man noch irgendwie was anderes machen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nach Transentia. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir da wahrscheinlich auch da raus, oder? Die Richtung zeigt mir zumindest an, also, oh, dann werden wir gleich wieder den Feinden begegnen. Irgendwo muss es dann eine Abbiegung nach Transentia geben. Das heißt, wahrscheinlich sind da jetzt diese, na, sagst du mir schon, diese Bruchstücke. Genau, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Diese Bruchstücke sind wahrscheinlich mittlerweile weggeräumt, sodass wir auch nach Transentia können. So, und da rennen meine beiden Damen. Da sind wir mal als Girlieband unterwegs, finde ich auch schön. Aber wahrscheinlich müssen wir dann später mit Tal und Elko spielen. Ich will bloß hoffen, dass ich nie mal mit zwei Nahkämpfern unterwegs sein muss. Das wird, oh, gar nichts mehr da. Das wird dann aufregend. Ich und Nahkämpfer. Naja, okay. So, da ist, leider sind die Sachen noch nicht gespawnt. Das heißt, wir können nichts mitnehmen. Ich hoffe wirklich, dass ich richtig bin, aber richtungsmäßig scheint das zu stimmen. Ich meine, wo hätten wir sonst auch hin sollen? So, und jetzt geht wahrscheinlich gleich der Kampf los. Denke ich mal, jetzt bloß zu zweit. Na, das kann spannend werden. Da werden wir Buki, glaube ich, gleich mal den Wolf rufen lassen. Dann sind wir nämlich zu dritt. Haha. Ich weiß allerdings nicht, wie effektiv das Wölfchen ist. Oder kommen wir doch ohne Kampf durch? Nein, natürlich nicht. So, Buki, hol mal den Wolf. Ich brauche deine Dienstleistung. Genau. Da guckt sie so und derweil kriegt sie dann eine verpasst. So, und jetzt spielen wir... Komm mal her. Wir haben doch gerade hier verstärkt. Dann hauen wir doch gerade mal mit dem Ding. Wow, das ist sehr effektiv. Das gefällt mir. Aber halt langsam. Ja, je effektiver, desto langsamer. Ja, ich habe gesehen, dass du blockst, mein Freund. Komm her. Laden wir wieder eine Runde auf. Die heilen Gott sei Dank nicht. Mit Buki ist doch alles okay, scheint mir. So weit, so gut. Und dann schnetzle ich euch hier mal weg. Ja, wunderbar. Okay, hihi. Haha. Tschüss denn. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier irgendwas rumliegt für uns. Herkomm. Welche Waffe habe ich denn jetzt? Ich will die Fette haben. Komm, lass die mit der Deckung runter. Wieso schießt du jetzt nicht? Zum Kuckuck aber auch. Ja, die macht ordentlich Schmackes. Haben wir endlich auch mal eine Waffe, die ordentlich Schaden macht? Hm. Komm schon. Irgendwie bin ich verdichtet oder verlangsamt oder was auch immer. Yes. So, dann nehmen wir hier noch das Schatzkästchen mit. Hier können wir sicherlich immer noch nicht rein. Da gucke ich jetzt jedes Mal. Nein. Der Estailandsitz will einfach nicht geöffnet werden. Die sind alle in die Burg geflüchtet. Dabei ist doch hier eigentlich ruhig. Also eigentlich, außer wir laufen durch. Dann ist es nicht ruhig. Pff. Los geht's. Ach, dann wird's gleich wieder losgehen hier mit dem Kampf. Oder? Kommen wir durch? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Und wer erwartet uns da? Wir unterstützen mal Buki ein bisschen. Komm mal her, Buki. Genau, hol deinen wilden Freund. Ich finde, das kann nicht schaden, zu dritt zu sein. Wie sie da guckt. Also die Animationen für die Spezialfähigkeiten gefallen mir richtig gut. So, wo seid ihr? Ich muss erstmal gucken, wo ihr seid, bevor ich schießen kann. Und weggeputzt. Ups, Salah. Da ist noch einer. Hat er geblockt. So, dich putzen wir mal weg hier. Ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht kann. Was immer du machst. Oh, oh. Wir putzen dich weg. Buki hat gleich keine Fähigkeit mehr. Müssen wir vielleicht mal eine Salbe geben. Komm her. Was die dann immer so blocken. Und dieses Blocken ist wirklich effektiv. Und tschüss. Wir sollten eine haben, glaube ich. Oder ist da noch irgendwo einer? Da ist noch einer. Ah, shit. Komm schon. Nimm die Deckung runter. Und tschüss dann. Na, verflixt diese Blockerei. Ist echt der Hammer. Ich treffe ihn nicht. Das gibt es doch nicht. Jetzt aber. So. Und nehmen wir wieder einen Schattenstein mit. Buki hat keine. Warte mal. Genau. Wir laden die FPs wieder auf. Und dann machen wir einfach weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, an welcher Stelle wir dann plötzlich anderen Weg laufen müssen. Aber die Wumme ist echt nicht schlecht. Komm her. Ist was drin? Nö. Och, Mönne. Du bist der falsche Händler. Du bist der falsche Händler. So leid es mir tut. Aber deine Kisten, guck mal an. Tada. Die haben wir das letzte Mal vergessen. Die haben wir das letzte Mal vergessen. Hydrenhaut. Was immer eine Hydre ist. Nix drin. Okay. Also dann. Muss es doch jetzt irgendwann mal irgendwo eine andere Richtung gehen, oder? Müssen wir nach Brightwater wieder. Ach, da geht es gerade das Kämpfen weiter. Äh gut, dann steigen unsere Damen auf. Was soll's. Ist okay. Ich hätte gerne zwei auf einmal. Aber das ist mir wohl nicht vergönnt. So. Ich könnte jetzt auch die Waffe wechseln. Zwei mit einem Streich. Finde ich gut. Dachte ich zumindest. Komm schon. Chaka. Und nochmal. Ein Hammer. Ich bin zu schnell für dich. Ich bin zu schnell für dich, mein Freund. Und Buki kommt auch schon helfen. Ich sollte vielleicht mal eine Runde heilen, glaube ich. Kuster Hexe. Meine Lieblingsanimation. Das hier ist nur für euch. Ich könnte mich wegschmeißen, ey. Das ist zu charmant, ehrlich. Das hier ist nur für dich. Ja, verflixt. Komm her. Ja, aufzuglocken. Wo ist er? Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt haben wir ihn. Oh. Komm. Lass fallen. Dankeschön. Und einen Argonitenschädel mitgenommen. Waren das jetzt alle? Ja. Sehr schön. Okay. Alles klar. Ja. Geht doch. Gut, ich renne jetzt mal einfach weiter. Weil irgendwann muss es doch mal. Äh. Nein. Ach, nicht schon wieder. Leute. Das ist ja wirklich der Hammer. Komm mal her. Feuerkugel für euch. Feuerkugel für euch. Yes. Verbrennt im Inferno. Finde ich gut. Macht auch ordentlich Schaden. Schimmergezränk mitgenommen. Auch schön. Das war's schon. Okay. Ähm. Dann jetzt hier lang, oder? Ich denke mal. Ich denke, dass das der richtige Weg ist. Niemand aus meinem Volk war je weiter nördlich. Hast du schon gesagt? Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Auch ich war noch nie so weit ohne eine Wache. Wir gehören jetzt zusammen. Ich bin nun deine Wache. Genau. Wache und hoffentlich auch gute Freundin. Was ist denn das hier? Egal. Wir holen uns erstmal hier diese Truhe. Beziehungsweise dieses Fass. Oh, nix drin. Ja, hier sieht's schon so ein bisschen anders aus. Das ist ein Schrottplatz. Was ist ein Schrottplatz? Fettis, Schrottplatz. Komm, schnipp auf. Ja, man sollte eigentlich glauben, dass man in Schrottplätzen was findet. Aber nix. 0,0. Fettis, hallo. Da kommen wir nicht rein. Wo ist denn Fettis? Fettis, wo bist du? Hallo. Was sollst du? Überprüfen. Hier werden veraltete Maschinen aus Transentia entsorgt. Was für ein Schrotthaufen. Ja, das ist wahr. Sollst du noch was überprüfen? Sieht mir nicht so aus. Schnipp. Pah, überhaupt nix drin in den Dingern. Also, Transentia scheint so ein bisschen die Technik-Gilde zu sein. Wie ist eine typische Menschenfrau? Wie ist eine typische Menschenfrau? Ja, das stimmt. Du bist irgendwo dazwischen. Das ist doch schon wieder natürlich klar. Kampf-Arena. Oha. Ihhh. Die sind ein bisschen heftiger. Glaub ich. Gebe ich dir gleich nochmal was davon ab. Komm her, Feuerkugel. Ah, die heilen auch fieserweise. Also, denen müssen wir gleich alles, was wir haben, entgegenhauen. Lauf weg! Und, yes! Oh! Irgendwer hat mich getroffen. Ja, ich weiß, dass ich gerade nicht kann. Aber gleich wieder. Dabei renne ich halt einfach weg. Das Fiese ist, dass der heilt. Was ist das eigentlich? Heilt die Gruppe? Genau. Kuss der Hexe. Heilt die Gruppe und belebt. Mensch, ganz vergessen, dass ich das auch habe. Puki hat auch irgendeine Schwächung. Komm, wir machen die Feuerkugel. Komm in meinen Bereich, mein Freund. Brennt in der Hölle, ihr Teufel! Wusch! Ja, wir sind geschwächt. Geh, lauf weg! Ich weiß gar nicht, ob der das macht. Diese Schwächungen. Oder ob das irgendeiner von den anderen macht. Da muss ich mal gucken, wer das eigentlich ist. Weil wir sind deutlich geschwächt. Deutlich geschwächt. Ich glaube, dass du das bist. Du siehst so aus, als würdest du zaubern. Nein, der... Der heilt immer noch. Oder die sind einfach so cool. Komm her! Wir könnten jetzt versuchen, was gegen die Schwächung zu machen. Weil... Sonst kämpfen wir hier noch ähnlich. Ewig. Also dann. Das hat gewirkt. Nächster Level. Dankeschön. Aber das hat uns dann doch ein bisschen Anstrengung gekostet. So, da war doch noch irgendwo... Eine Küste. Genau, da drüben. Ein Fass. Verzeihung, ein Fass. Okay, dann steigen wir mal auf. Wer kann denn aufsteigen? Buki kann aufsteigen. Der geht mal ein bisschen auf die Kraft. Genau. Gut. Weiter geht's. Schnipp. Nochmal ein Schädel. Und am besten nehmen wir gleich mal einen Fertigkeitstrank. Wer weiß, was uns hier noch so erwartet. Also echt so ein bisschen... Da können wir runterklettern. Machen wir das doch mal, oder? Ich bin mal gespannt, was uns da unten erwartet. Ob ich jetzt natürlich... Ob da eigentlich die richtige ist, das ist doch so eine Frage. Hier ist eher was für Elko. Aber Elko ist nicht da. Also gehen wir mal nach unten. Das ist ja die Energie für sein Jetpack. Gucken wir uns halt einfach mal um hier. Vielleicht gibt's da was Schönes zu finden. Oder ich laufe in den Tod. Hier gibt's nichts zu finden. Okay, also irgendwann wird Elko da mal was tun müssen, glaube ich. Sonst wären ja diese Kristalle nicht da. Aber im Augenblick habe ich nicht den Eindruck, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Also klettern wir halt wieder nach oben. Komm, klettere. Wenn wir das nächste Mal klettern müssen, nehmen wir gleich Buki. Wissen, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. War da unten irgendwas, wo Buki hätte? Auf- oder runterklettern können. Jetzt gehe ich doch nochmal nach unten, Leute. Tut mir leid. Weil da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob es irgendwo eine Wand für Buki gibt, wo sie hoch kann. Ne, sieht mir nicht so aus. Ich kletter trotzdem runter. Und gucke mir das nochmal genauer an. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ich weiß. Aber da gibt's nichts, wo Buki hoch kann. Also wird das sicherlich irgendwann mal was für Elko sein. Gut. Wir bleiben bei Buki. Falls wir nochmal klettern müssen. Wusch. Ah, elegant, oder? Wenn bloß dieses Outfit nicht so scheiße wäre. Ehrlich. Wer immer das entworfen hat, der Entwickler leidet von grandioser Geschmacksverirrung. Oh, haben wir hier einen Händler? Bist denn du der Edelsteinhändler? Hallo. Nein. Du bist nicht der richtige Händler. Let's go. Aber wir wollen trotzdem mal gucken. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Verkaufen. Wir könnten hier ordentlich was verkaufen. Die magischen Hüterinnen sind mächtige Gegner und Zauberer und Alchemisten. Wissen ihre schlangenartige Haut sehr zu schätzen. Verkauft ihr heute gegen Gulden? Verkaufen wir. Da gibt's gut Kohle für. Ich weiß halt nicht. Akoniten-Schädel, die brauchen wir noch. Da haben wir ja, wie viel haben wir denn mittlerweile? Da müssen wir ja den Quest machen, den wir von dem unfreundlichen, anthropomorphen Hund bekommen haben. Na ja, ich glaube, wir behalten das mal alles und gucken, ob wir noch irgendwo einen besseren Preis erzielen können. Dazu müsste ich mir aber mal merken, was das hier kostet. Kann ich da auch runterklettern? Nee, kann ich nicht. Ich könnte mal speichern. Das könnte ich mal machen. So. Und nun? Nun muss eine schrangen. Okay. Ah, okay. Okay, alles klar. Damit mache ich da unten auf. Gut. Sollen wir das aber erstmal entzaubern hier? Na? Wie muss ich mich denn hinstellen, dass das hinhaut? Komm schon. Trigger, wo bist du? Noch ein Stück zurück. Das ist nicht gut gemacht. Mit der Entzauberei, finde ich. Jetzt. Okay, ich darf nicht so nah ran. Alles klar. Jetzt haben wir hier einen. Da tut sich nichts. Ah doch. Alles klar. Ach, da macht sich die Brücke jetzt zusammen. Das ist nur die halbe Brücke. Es muss noch einen Schalter geben. Äthel haben sie uns ja gerade gezeigt. Okay, jetzt können wir hier runterklettern. Alles klar. Also sollte ich natürlich Buki nehmen. Also dann, Buki. Walte deines Amtes. Wir müssen da runter. Und diesen Schalter. Zurücken. Aber warte mal. Erst mal gucken wir noch hier rum, oder? Da kann man auch hoch. Mal gucken. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Da kommen wir gar nicht hoch. Da können wir bloß nach links. Ne, wir können nicht hoch. Sie geht nicht nach oben. Sie geht nur nach rechts, genauer gesagt. Und nach unten. Also dann machen wir das doch einfach mal. Gucken, wo wir landen. Aber noch. Nein, nee. Das geht, nee. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir da landen, wo wir vorhin waren. Aber das tun wir natürlich nicht. Ah. Fette Beute. Ich kann keine Schimmergetränke mehr aufnehmen. Wartet mal. Was macht denn das Schimmergetränk überhaupt? Das gucken wir jetzt mal. Bin ich wieder falsch? Ist doch nicht zu glauben. Schimmergetränk. Was machst du? Na ja, komm. Buki, nimm mal. Und nimm noch eins. Genau. Und Alice, du nimmst auch eins. So. Okay. Dann können wir wenigstens wieder eins aufnehmen. Falls da noch mehr drin ist. Ne, aber wieder ein Schädel. Nein, eine Haut. Kohle. 50. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein können. Marmorsplitter. Oh, eine fette Kiste. Na, los, mach. 75 Gulben und Spannung. Wahrscheinlich wieder irgendein Kügelchen. Das Kugel da macht. Was bekommen wir für all unsere Mühen? Ein Katzentotem. Ein Katzentotem. Heilende Tintur. Wow. 2500 HP. Das ist schon heftig. Das Maragdelixier kann man keins mehr aufnehmen. Nämlich sollte echt gucken, dass ich hier ein bisschen bei mir diesen Tränken arbeite. Aber die werden wir schon noch brauchen, denke ich mir. Und schön nach oben. Und jetzt aber nicht vergessen, jetzt nicht vergessen, Paul Hawk, den Knopf zu drücken, weil das ist der eigentliche Grund des Hierseins. Und damit sollte die Brücke jetzt eigentlich vollständig sein. Yes. Okay. Und nach oben. Den ganz schönen Knackarsch, die Bubi, du meine Fresse hält. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch klar, wenn man da so... Sirenenkapp. Okay. Wo müssen wir jetzt lachen? Ach, das war ja klar. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir holen uns unser Wölfchen. Genau. Oh, und derweil kriege ich eins auf die Nase. Oh, oh ja, ja, das war ja klar. Dann machen wir halt jetzt mal den Wirbelwind. Wölfchen, du musst helfen. Komm, wir wirbeln hier mal eine Runde rum. So, noch mehr. Komm schon. Und, yes. Komm schon, auf geht's. Heilenden Trank mitgenommen. Komm, sehr schön. Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Komm. Jetzt blockt er. Das mit der Combo habe ich immer noch nicht kapiert, glaube ich. Aber ist auch egal. Sehr schön gemacht, eigentlich. Wunderbar gemacht. Komm, auf geht's. Du bist du. Ja, komm schon. Los. Gleich haben wir dich. Yes. Was passiert jetzt? Ja, hallo. Mein alter Gott. Ei, ei, du bist stark geworden unter der Führung von Oli von Olives. Höre jetzt ihr Lied und wisse, dass sie dich begleitet. Das geeintete Zeitalter ist da. Wenn es soweit ist, wirst du bereit sein. Ich vergesse immer seinen Namen. Kriegen wir noch eine Fähigkeit? Beschützerschlag erhalten. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ach du Scheiße. Wir haben eine neue Rüstung. Oh mein Gott, mit Flügeln. Ich glaube es nicht. Sie ist in meinem Innersten. Die Götter halten nichts von leerem Geschwätz. Wir sind auserwählt. Okay. Gut. Äh. Naja. Nun ist sie zwar nicht mehr so nackig. Aber. Gut. Also über Kostümdesign lässt sich ja trefflich streiten. Jetzt will ich aber mal diesen Dings. Diesen Beschützerschlag. Gefrorenes Wasser. Beschützerschlag. Ach du Scheiße. Nein, das war jetzt eigentlich so nicht gedacht. Ist da schon wieder welche gekommen? Komm, 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 komm. Dir geben wir auch noch ein paar mit. Ach, Scheiße. Er liegt auf dem Boden. Da kann ich ihm nichts mitgeben. Okay. Buki hat keine Fähigkeiten. Oh Mann. Mal ganz schnell ein bisschen Fähigkeiten hier. So, und dann machen wir nochmal den Wirbelwind, weil es so schön war. Genau. Wobei die ja einiges abkönnen hier, diese Herrschaften. Knall, 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 knall. Komm, wir hauen wir gerade mal weiter. Danke, Eilish. Sehr schön gemacht. Kommt, Mädels. Los, auf. Gurley Band. Haben wir alle. Komm, und noch einen. Und Schattenstein mitgenommen. Wunderbar. So, überprüfen. Die Arbeit am Bau dieser Tunnel ist gefährlich. Schon viele Arbeiter haben beim Versuch, auf Lusikas Geheiß, Transcentia mit Illumina zu verbinden, ihr Leben gelassen. Okay. Deswegen jetzt diese Brücke. Gut, ich hoffe, dass wir hier jetzt rauskommen. War ja jetzt schon ein bisschen heftiger. Lebius Draconis, das ist wahrscheinlich der Schrein für... Na? Ach, das gibt's doch nicht. Wow, wow, wow. Oh, warte mal. Wir machen das gleiche wie die. Weil die können ja so viel nicht ab. Da ist noch einer. Komm. Schnell muss man sein bei denen. Okay. Habt ihr uns irgendwas gedroppt? Nächster Level. Yep. Okay, dann steigen wir mal eine Runde auf. Das müsste ja jetzt eigentlich eilig sein, die aufsteigen kann. Buki ist ja schon. Und was geben wir ihr jetzt? Kann mehr Schaden bei Fertigkeitsangriffen. Ja. Das machen wir. Gut, und Buki kann doch nicht. Da kommen wir her. Und da müssen wir hin. Die beiden Damen sind recht wehrhaft, finde ich. Nichts drin. Ich glaube, ich bin... Überprüfen. Das ist es. Ja, das ist der Wegweiser nach Transentia. Genau da wollen wir hin. Mechanikstraße. Ja, das passt doch wirklich. Mechanikstraße. Tschuck. Da geht's nicht weiter. Okay. Was ist das da? Eine Glocke? Kann ich mal eine Glocke läuten? Überprüfen. Oh, wie cool ein Luftschiff. Oh, wie ultra cool ist das denn? Oh, Eilish. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich Eilishs neues Kostüm angucke, dann weiß ich nicht, habe ich so Befürchtungen, dass das Neue von Buki, wenn sie auch noch ein Neues kriegt, wahrscheinlich auch eher eine Enttäuschung sein wird. Also, das wird wahrscheinlich eher verschlimmbessert. Hallo, wer seid ihr denn? Willkommen bei Transentia Airways. Wow. Schön. Kiebel Airbot. Ne, ich brauche das Luftschiff nicht. Wir gucken uns hier erst um, bevor wir nach Transentia fliegen. Sagst du mir das Gleiche? Ja, du sagst mir das Gleiche. Gut, wir gucken erst mal hier, ob es noch irgendwas zu finden gibt. Ne. Okay. Ja, dann. Dann fliegen wir nach Transentia. Willkommen bei Trink. Und dann sollte für heute auch Schluss sein. Jetzt guck, ne. Es wäre uns ein Vergnügen, euch hoch in die Wolken zu bringen. Das ist schön. Nicht wahr, Nummer zwei. Ja, Nummer eins. Huch, huch, huch. Ganz recht, Nummer eins. Ja, ich wusste's. Alle an Bord. Wir fliegen nach Transentia, der Stadt aus Starr. Schön, freue ich mich. Aber erkunden werden wir es erst in der nächsten Folge. Da gehen sie, unsere beiden Damen. Wow. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen an Enderal erinnert, wenn ich ehrlich bin. Ach, jetzt haben wir die beiden Herren. Okay. Illumina liegt weit hinter uns. Beeilen wir uns, Transentia zu erreichen. Ich bin schon gespannt auf deine Heimat. Nur schade, dass Eilish und Buki nicht dabei sind. Ich hatte mich schon richtig an sie gewöhnt. Ach, Tal. Du kennst die beiden doch. Wir sind hier nicht zum Vergnügen, Tal. Transentia liegt hinter den Bergen im Norden. Gehen wir los. Okay. Ihr Lieben, das machen wir aber in der kommenden Folge. Da vorne kann ich auch speichern. Das ist ganz wunderbar. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Oder auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.